Hallo zusammen, heute möchte ich euch kurz auf zwei neue Produkte im Shop des Deutschen Handverbandes hinweisen. Im Online-Shop zu finden unter www.handverband.de und oben kommt dann der Shop. Und das eine ist diese schöne Postkarte, wo zwei Urteile verglichen werden. Einerseits jemand, der eine schwere Körperverletzung begangen hat und dafür eine Bewährungsstrafe bekommen hat. Und andererseits jemand, der zwölf Handpflanzen zum Eigenverbrauch zu medizinischen Zwecken angebaut hat, der keine Bewährung bekommen hat und ins Gefängnis gekommen ist. Wir meinen das total unverhältnismäßig. Der Eigenanbau zum Eigenkonsum sollte gar nicht bestraft werden. Diese Leute tun niemand anderem etwas. Aber so ein Vergleich zeigt noch einmal mehr, wie absurd diese ganze Verfolgung der Cannabiskonsumenten ist. Und diese Postkarte ist übrigens entstanden im Forum des Deutschen Handverbandes. Das haben sich also ehrenamtliche Helfer überlegt. Schaut also auch mal im Forum vorbei. Ebenfalls handverband.de und oben dann ins Forum. Da könnt ihr also an allen möglichen Ecken und Enden mitmachen und diverse Projekte mit Umsätzen helfen. Das andere, was wir jetzt neu im Programm haben, ist dieser Streckmittel-Flyer. Den haben wir schon lange vorgehabt. Wir konnten ihn lange nicht realisieren aus finanziellen Gründen. Mittlerweile haben wir genug Spenden eingesammelt dafür, dass wir ihn vorfinanzieren könnten und jetzt verkaufen wir ihn zum Selbstkostenpreis, damit wir ihn auch wieder nachdrucken können. Der Flyer sollte auch im gut sortierten Head- oder Grow-Shop zu finden sein. Wenn ihr den dann nicht findet, könnt ihr die Inhaber ja mal darauf aufmerksam machen, dass sie diesen Flyer jetzt bei uns beziehen können. Wäre ja schön, wenn er wirklich breit verteilt werden würde. Aber der ist so preiswert, dass ihr den auch gut in kleinen Mengen für eure Freunde bestellen könnt. Wir hören immer wieder, dass die Leute sich wundern, dass ihre Freunde so wenig achten auf dieses Problem mit den Streckmüllen. Einfach jeden Dreck rauchen und da könnt ihr die mit dem Flyer ganz gut drauf aufmerksam machen. Ja, schaut doch mal rein. Auch vielleicht, was wir sonst noch so im Angebot haben. Und bis zum nächsten Mal.